Der 1 FC Köln startet turbulent ins neue Jahr. Laut übereinstimmenden Medienberichten steht der langjährige Torwart-Trainer Bade vor dem Aus. Es soll Probleme mit Neutrainer Uthumbäck geben. Mehr zum Thema Vertrag bis 2021. Perfekt. Köln holt Terutte aus Stuttgart Köln-Boss wütend. Stöger reagiert auf massive Kritik von Feder 1. FC Köln verpflichtet zur Rückrunde laut übereinstimmenden Medienberichten einen neuen Torwart-Trainer. Wie das Fachmagazin Kicker, der Kölner Express und das Online-Portal Geißblog meldeten, kehrt der frühere Kölner Torhüter Andreas Menger, 45, zum Ligaschlusslicht zurück. Uthumbäck weist Vorwürfe zurück. Die langjährige Zusammenarbeit des Klubs mit Alexander Bade, 47, soll demnach unmittelbar vor dem Ende stehen. Laut Kicker soll es zwischen Bade und Neutrainer Stefan Uthumbäck Probleme in der Zusammenarbeit gegeben haben, die letztendlich zur Entlassung Bades geführt haben sollen. Uthumbäck wies die Berichte über atmosphärische Störungen mit Bade seit dem Abgang des langjährigen FC-Trainers Peter Stöger indes zurück. Ich möchte dazu nur sagen, von meiner Seite gibt es keine persönlichen Probleme mit Alex oder ein gestörtes Verhältnis, sagte Uthumbäck dem Kölner Stadtanzeiger. Lies aber Raum für Spekulationen, es ist nicht so, dass ich mit Alex nicht kann. Ich weiß aber natürlich nicht ganz genau, wie er es empfindet. Anzeige